Jesus Christus ist der verheißene Retter, der die List der Schlange zunichte machte. Er wurde 32 n. Chr. am Holz von Golgatha zum Fluch, das heißt verflucht und gerichtet, um die eigentlich Verfluchten aus ihrem Fluch zu befreien. Das Volk Israel erhielt also bereits zur Zeit des alten Bundes den göttlichen Trost der Beseitigung der Folgen seines zukünftigen Ungehorsams. Nicht nur als der Gott und Schöpfer der Welt, sondern auch als der Gott Israels ist Jesus Christus sowohl der Mittler des Gesetzes als auch der Retter aus den negativen Folgen des Gesetzes, die bei dessen Nichtbeachtung auftreten. Wer ihn als Gott und Heiland ablehnt, hat keine Erlösung. Er bleibt unter dem Fluch des Todes.